Ja, aber gab es denn auch was Gutes am Osten? Nee, ich fand nichts. Vielleicht bin ich da zu, also ich hab nichts Gutes. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, das war der Sport, der war gut, ja. Das war ja ein Zähwesen. Aber das war ja auch alles gedobt. Schon damals. Ja, also ich hab nichts Gutes. Vielleicht kann man heute sagen, dass alle Leute Arbeit hatten. Aber wohin die geführt hat, hat man ja auch gesehen. Die hatten ja alle Arbeit. Da war das Problem, als die Mauer auf war und die Leute sollten hier achteinhalb Stunden arbeiten. Da waren die ja nicht gewöhnt drüben. Die hatten dann Koffe, Pausen, weil die hatten so viel Personal, dass da immer, dass die überhaupt nie Not hatten. Als die jetzt rübergekommen sind und die Weststrukturen arbeitsmäßig gemerkt, ermerkt haben, da haben die dann gemerkt, oh wow, was ist denn jetzt los? Wir müssen ja hier, wieso müssen wir, wir wollen doch jetzt Kaffee trinken. Wie geht jetzt arbeiten? Wir arbeiten hier, eine halbe Stunde haben wir Pause, mehr nicht? Können wir ja nicht passen. Musik